In mehreren Episoden von Future Histories geht es um Commons und das Commoning. Nicht jeder weiß, was das ist und deswegen gibt es dieses Video hier. Was sind Commons in drei Minuten? Commons, das sind Gemeingüter, die in einer selbstorganisierten Form verwaltet, geteilt und genutzt werden. Ein Commons kann dabei im Grunde alles sein. Wasser, Lebensmittel, Maschinen, Wissen. Was es zum Commons macht, das ist die spezifische Form des Bezugsverhältnisses. Denn Commons, die bewegen sich abseits von Tauschlogik und künstlicher Verknappung. Sie entstehen durch die Prinzipien Besitz statt Eigentum und Beitragen statt Tauschen und stellen damit eine spezifische Form des gemeinschaftlichen Produzierens, Pflegens und Nutzens von Ressourcen dar. Jedes Commons ist dabei auch ein sozialer Prozess, egal ob es sich jetzt um Daten, Nahrung oder auch Land handelt, denn erst die den Commons eigene Praxis der Bezugnahme, das Commoning, lässt ja das Commons entstehen. Als Organisationsform stellen die Commons und das Commoning eine Alternative zu. Markt und Starter und manche Commons-TheoretikerIn ist auch der Meinung, dass es sich hierbei um ein verallgemeinerbares Prinzip handelt, nachdem Gesellschaften insgesamt organisiert und verwaltet werden könnten und sollten. Ein Beispiel für das Commoning ist die solidarische Landwirtschaft, in der sich mehrere Menschen zusammentun, um einen landwirtschaftlichen Betrieb jenseits der Marktlogik zu ermöglichen. Ein bekanntes Beispiel für Commons im digitalen Bereich ist die Wikipedia, die für alle frei verfügbar ist und bei der auch jede und jeder beitragen kann. Regeln, wie das geschieht, gibt es dabei natürlich trotzdem. Wenn ihr mehr über Commons erfahren wollt, dann könnt ihr das in Folge 47 mit Stefan Meritz zu Kommunismus oder in Folge 12 der zweiten Staffel mit Frederike Habermann zu Gast. Ihr findet alle Folgen auf www.futurehistories.today und natürlich hier in diesem YouTube-Kanal. Bitte gerne abonnieren und mit Daumen hoch versehen. Bis dahin, ich freue mich. Bis dahin, ich freue mich.